und servus liebe leute willkommen wieder zurück zu netzplaat in gta 5 weiter geht es hier in der story wo wir kurz vor ende sind mehr oder weniger und ja da schauen wir mal werden natürlich jetzt hier den rest mit michael machen was es so zu machen gibt und dann hoffe ich einmal dass wir das ganze durch kriegen zumindest einmal in der story dass wir dann beim nächsten mal mit den 100 prozent starten können genau also wir sind jetzt hier passt wunderbar dass schon mal teil 1 gehen schon mal dahin und machen einfach die mission hier wo ist denn der scheiße oh gott das fängt ja schon was super an ja komm jetzt rede ich gut alles klar so könnte eigentlich auch nicht gerade ausfahren richtig so genau passt läuft weil ich habe jetzt überlegt ich werde das spiel jetzt auch platte machen bevor ich hier was anderes anfangen dass das zumindest fertig ist eins der größeren games mal alle klar gut die schnappen hier ja der rocco genau von dem habe ich auch schon wenigstens gehört hier wo wo sind das ja alle klar schauen wir mal dass wir das hier hinkriegen die pissenelken da so naja ich kann ja nicht so nehmen wir mal die gut ok das war es einfach verlasse das gebiet alle klar das war simpel war die echt so zu zweit wo da habe ich schon mehr auf ist nein egal so also zumindest hier so was und gar nicht weil da hatte ich der eitrige angina und da kann man schlecht reden ja deswegen war da unten so wohl keiner aber noch nie gab es ja wieder ein stream so oh mein gott ja immer wieder alles mit hier so jetzt aber gut was im ernst jetzt im ernst näher da ja gut eigentlich durfte ich mich ja gar nicht sehen ja wenn ich jetzt hier bin nö machen sie auch nicht passt gut na komm haut ab scheiße diese kopf ja nein endlich das hat glück Aber egal. Äh, gut. WTF, weil ich da diese Pümpel da erwischt hab, oder was? Scheißbollen. So. Jetzt weiß ich immer, wo du bist. Nö. Jetzt in dem Fall nicht mehr. Gott. Es geht doch. Ah. Danke, danke, danke. Ja, das ist, dass ich vielleicht aus dem Film-Business habe, oder? Mein Freund, du bist ein sentimentale Thug mit 0 Artistic Training und nichts Interessantes zu sagen. Ich würde sagen, du bist überqualifiziert. So, schau mal. Und schau mal an... ... das. Oh. Oh. Fucking A. Feels gut, oder? Feels like I've finally done something with my life. Actually done something. A movie. Welcome to show business. Nothing but make-believe will ever feel quite real again. Alright, Michael. Come on. Let me show you some rushes. I think you're gonna love it, but it'd be great to hear your notes. Okay. Hey, baby. I just wanted to tell you. I'm finally doing something with my life. I'm making a movie. Hey, a real one. Call me. Okay. Ah, ja. Das wieder. Achtung. So, was haben wir jetzt hier? Missionszeit. What the fuck? Man. Okay. Ich brauche sowas echt den Lenkraketen werfen. Das ist die gerade ratz-ratz vorbei. Gut, egal. So. Einmal hierhin. Äh. Die andere abmischen. Weil viele sind es ja jetzt echt nimmer, ne? Aber das schaut ganz gut aus, dass ich es heute durchkriege. Zumindest hier einmal nochmal. Hey, Mike. Es ist Franklin, Mann. Ich folge den Architekt. Okay. Don't fuck it up. Okay. Oh, nein. Ich hasse diesen Instant-Wechsel. Also teilweise ist er echt cool gemacht. Ja, aber dieser Instant-Wechsel. Ausrecht, wenn ich eigentlich was anderes vorhatte. Den darf ich so ein bisschen. Na gut. Ja. Verfolge den Architekt und beschaffe die Pläne. Ja. Ähm. Ah. Ja, danke sehr. Was? Goldmedaillen? Habe ich nicht viele. Ich kann jetzt auch gerade schlecht nachgucken, wenn der Typ hier weiterläuft. Ähm. Ja. Aber ich würde meinen, so 80% aller Missionen muss ich wiederholen. Circa. Ist aber auf kurz oder lang kein Act. Dauert halt alles nur. Weil ich weiß jetzt so, wie ich es ja gesehen habe, was mir fehlt. Ist echt kein Problem. Das ist echt kein Problem. Es ist ein Regierungskontrakt. Niemand nimmt eine Chance. Gut. Wer bist du? Ich sollte auf alle neue Verwaltungen bezeichnen. Kallt 911. Er ist arm. Was? Ja, scheiß drauf. Fuck. So, mal gucken, ob es wieder klappt. Ah, jetzt kann ich gerade mal Spaß haben und mal nebenbei nachgucken. Äh, ja, Spiel, Mission, nochmal, genau. Hallo. Äh, okay, nö, kann ich nicht mehr in der aktiven Mission. Fuck. Na ja, gleich dann. Echt jetzt? Jetzt hat er mich echt gesehen. Oh, da kriegst du doch Plack. Oh, ne, ich hab keinen Bock auf die Bullen. Ah, so eine Scheiße. Mann, 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 oh, scheiße hier. Das war auch zu schießen. Äh, nein, nein, was? Rip? Nein. Warum? Werden die paar Bullen doch nicht. Äh. Oh, Mann, das sieht getrödelt aus. Nein. Haa. Hui. So, jetzt haut ab, die Scheißstunde da. Höp. Oh. Gut, das war jetzt noch nicht geplant. Ah. Ah, fuck. So. Jetzt aber. Ah. Hm. Na, komm. Haut ab jetzt. Na, endlich. Ah, pf. Oh, ich bin mal aus Versehen, wenn die richtig, richtig ungefahren ist. Das ist der Wahnsinn. Okay. So. Das war knapp. Not der Kurs, Mann, Mann, die ist mein Gott. So. Genau. Depp, 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 depp. Gut. Puh. Den alter Haus, haus. Dankeschön. 1, 2, 3, ja. Sicher, Alter. So, ist das Sch*** für real? Wir werden nur den FIB verhoben und werden mit deinen Kindern so zu gehen. Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich nicht. Hey, Lester, was hast du noch? Ich weiß nicht noch nicht. Gib mir einen Moment, ich bin kein Computer. Natürlich, du Autos räumst keine Starde, wenn du in einen Aufzug gehst, sofort zwei. Ja, vielleicht bin ich. Ja. Gut, Franklin ist halt ein Farbiger. Oh, Mann. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ninja-Skills. Hm, ich glaube, ich werde das machen. Hm. 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 ja ganz klar methode feuerwehr bürgermeister, aber du wirst in einem bürger Highrise mit ihnen, also das bürger Highrise ok 7-6, oh Gott, sind alles scheiße hmmm nehmen wir dazu auf jeden fall mal einen guten mit, wa? ja komm Schau, 7-6-7 gut, wo ist denn immer denn? Oh ja. Oh, ohne uns. Okay. Den hatte ich zu Glück nicht. Ich hatte nur Fieber. Nur. Also, mit Fieber. Auch und so. Halt! 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 Boah. Ah, nehmen wir den. Hä? Geht das nicht als Fluchtwagen? Äh. Äh. Sehe ich jetzt kein Missionsziel? Kann ja nicht sein. Achso. Ich hab schon wieder einen Stern. Mein Gott. Was ist denn jetzt los? So eine Scheiße. Ein Auto mit vier Plätzen. Oh, da ist was dran. Da ist was dran. Hä? Äh. Ne, ne, ne. Hm. Ach komm, scheiße. Aufnehmen wir so eine SUV hier. Oh. Hallo LKW. So. So. Sehen wir kurz erst den. Nehmen wir den. Ah, es ist sicherlich. Nimm dich nicht. Aber trotzdem muss ich wahrscheinlich jetzt, dass wir den Stern da wegkriegen, wa? Ah. Moment, oh. Die sind ja nicht mal hier. Mach jetzt mal weg. Na. Weg. Danke. Hm. Na komm. Na also. So, nun. Muss ich den jetzt wieder anrufen, oder wat? Ha. Hm. Äh. Mach's einfach mal so. Mal gucken, ob's funktioniert. Na wohl nicht, wa? Äh. Hm. Ja, okay. So. Dann halt nicht. Äh. 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 Ha. Oder will er jetzt echt hier auch's mal? Ah, dass er mir das auch nicht anzeigt, wo hier die Feuerwache ist. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Jetzt muss ich das alles selber wissen, oder wat? Was ist denn das hier? Oh, Bruder. Oh, Bruder. Hm. Warte mal, ich teste mal grad einfach mal mit so. Und nochmal so. Na also, geht doch. Jetzt hat er's was registriert. Oh, Mann. Achso. Da meckert er ja wieder rum. Ist nicht abgelegen genug. Gut. Moment, da gehen wir doch wieder da hoch. Wurfnotrufen und klaudern. Ja. Das werde ich in dem Fall auch machen. Also, wie gesagt, aus Ostemalia, dass er hier keine so, äh, Punkte da auf der Karte setzt. Mit hier diesem H-Dollar und so weiter, drüber dran, bla bla. So, ist das hier abgelegen genug? Äh. Da, 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 da. Da, 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 da. Was? Da ist doch keine Straße. Das ist so öffentlich. Mann. Äh. Nein, die Stadt geht nicht. So, jetzt kommt genau das hier wie jetzt. Der Ort ist so öffentlich. So, ich glaube, hier hatte ich letztens am Ende an den Ring geparkt. Der Ort ist so öffentlich. Hm. Na, also. Ah. Es geht doch. Habe ich auch gemacht. Oh, okay. Hm. Egal. Äh. Kann ich hier nicht einfach irgendwo anrufen? Äh. Äh. Der Tier. Danke schön. So. So, dann kommt mal. Mit eurem Kugel. Hm. Äh. Ja. Da. Da, 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 da. Lkw. Okay. Ah. Ja. Wo bleiben sie denn? Oh, meine Mann. Da fackt ja die ganze Bude ab. Neh. Ha, ne. Neh. Ah, da. Na komm. Vielen Dank. ist den stern Weeuuu Äh Hm Ah, ich fahr doch von einer runter Genau, bei einem Stern kommt ein Heli oder was Das ist Häp, Häp Ist auch irgendwie die Richtung da so grob stimmt und wo Oh, nein Boah Der Drift Oh, Mann Na, komm jetzt Na, also Ha Gut Das war jetzt auch das Das sind die Michael-Mission, wo ich trotzdem nicht mehr standen, hm Hm Egal, mach mal das mal FBI Geht auch Äh So Das war das Nicht dein Kratzer Näääääääääääääääääääach Oh, Mann Hahaha Jetzt doch scheiße So, das war jetzt noch Alles klar, bin ich schon. So, jo, alles klar, Samyx. Bis gleich. Verdammt, dachte ich, er geht automatisch rein. Wie geht's dir? Ah, ziemlich gut, unter den Regeln. About to knock off of a federal government building. Oh, meanwhile, my psychotic former BFF is trying to figure out a way to kill me. But hey, the meds are kicking in. Life's good. Well, exactly. Franklin got us what we need, put those on. Then what? Then, head in there and, uh, rig up a slightly more sophisticated firetrap than we've got here. So, I'm guessing drapes and scented candle aren't gonna do the trick, huh? Oh, no, no, no. We will have incendiaries and a remote device. Now, they need to be strategically placed, so we can ensure that we still have access to the server, and then the structure maintains its integrity. Now, once you get out, trigger the bombs, meet up with Franklin and the crew, and we'll intercept the emergency call, and you all go in as firemen. Oh, got it? Yeah, got it. It sounds a little idiotic. Well, under the circumstances, it was the best I could do. And if you remember, you were the one who chose to do it like this. Oh, come on. But, you know, Trevor has a point about you. You wine too much. Yeah, fuck you. Oh, don't even try it. Don't worry. You wine too much. Cool. Very nice. Let's go, FBI. What? Table 2, 31 €. What? Where is this from? Ebay, or what? Or how? I've seen it here on Amazon for 41 €. Today. Sidde Fuel did it! If Tedd ні did Danielle did that! Mike, are you ready for me at the bureau? Yeah, it's almost that time, Frank. Link up to McBurty and Welsh. Get into the fire truck, be ready to go soon, after I say something. Shit, we'll be good to go. I董 and Gus will, at least. You? I don't know, dog. Go, Truman. Dänischer Shop, okay. Ja, nice. Glückwunsch, ja, kann es echt nichts sagen. 30 Euro, okay. Das passt. Ja, nice, nice, nice. Ja, genau, wenn du da so einfach durchkommst. Oh mein. Komm schon, bitte. Hol dir den Mob. Ja. Ja. Jo. Loll, muss ich echt hier putzen jetzt. Ach, shit. Ja. Geil. Ja. Die Bombe im Spind. There you go. Unauffälliges Pfeifen. Wie Spaß beim Putzen. Ja, danke. Also bisher echt auch keine Mission dabei, wo ich sagen würde, die ist langweilig. Das ist echt krass. Hör, war es immer noch dreckig. Egal. Außer mir gerade mal dahinter. Dreckig Mop. Nee. Geht es noch? Hm. Geht es noch? Geht doch. Ja, 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 ja. Sorry, mein Clownie. Ja, ja. Definitiv, ja. 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 Wollte ich auch so, wie die es auch sehen, mit den 100% oder so. Also, ja. Ist halt nur alles ein bisschen langwierig, aber... Sollte eigentlich alles keine großen Probleme geben. Mist. Ah. Nein. Hm. Hm. Ich will ja rennen. Scheiße. Oh Mann. Ja gut, holen wir den einmal her, wa? Äh. So. Nehmen wir den mal mit. Hm. 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 F.I.B. So. Mann, die geborene Putzkraft. Na, seht ihr mal. Äh. Oder auch nicht. Der. Hier. Alter. Ja. Ja. Im Ernst, jetzt. Wisch. Wisch. Wisch doch mal da hoch. Wisch doch mal da hoch. Äh. 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 Hier, wa? Hey. 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 Wait till I shake it off before you mop the floor. hier wそして. Ah. Hey 곳. Mohammed. Naja. Det superficie Robbi. Mond. Wie h——. Wisch zack. Geht es natürlich hier nichts mehr. He h----. Oh, Mann. Nur zwei Böhmchen und es reicht, oder was? So. Jupp. Wohl ja. Yay, meine neue Webcam wurde versandt. Ole. Ja, endlich mal die C29. Da verschwindet endlich mal diese Gumbelcam hier. Microschrott. Das ist nicht so hart. Wir werden alle in einem Moment verlassen. So. Gut. Hey, charge is set. I'm out of the building. Hey, dawg. We're right around the corner. We got your gear in here with us. Shit's in motion, people. We're ready in the bureau. Y'all ready for this? In and out, Holmes. Let's do it. So. Detonate the Ascender Aries, Frank. I'll get this turn-out gear on. Ähm. Aha. Wie soll ich denn das hier machen? Ah. Zünden. Zündenknaller. Bäm. Wenn da jetzt einer auf der Schüssel saß, hat er ein Problem. Hehehe. Let's get there. Ah. So. Let's to hijack the emergency signal, right? Yep. We'll be the only end of running into that burning mess. But don't worry. Ah. Pull it up there by the curb. In the building. Come on. Ah! 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 Okay, Lester sagt, die Erlektoren sollten trotzdem gut sein. War er auf den Industrie-Strip-Pankillern oder auf dem Verlustratoren-Wed? Ah! Wahrscheinlich ein wenig von beiden. Cool, doll. Danke für das Schleif. Wir müssen nachher gehen. Geh die Strip nach den Top 4. Okay. Wir gehen nach den tiefen Strip-Pankillern und nach den Top 4. Okay. Sauerstoff geht runter. Alles klar. Bam! Haben wir auch geil gemacht hier mit den ganzen Lichtern und allen oben dran. Ah! Wir nehmen hier sechs Strip in etwa. Die Strip sind auf den Top-Pankillern und bei den 53. Geht an! Wir nehmen hier zu sechs Strip! Almost am Top-Pankillern. Eiei, 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 eiei. Eiei, eiei, eiei! Ah, lauf, 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 lauf. Hep, die Tür ist veröffentlicht. Bitterbomb und Bolle es. Hep. Wir sind live, stand zurück. Hep. Silver Drive, Middle Stack, Far Wall. Zoi, der Zawa. Hey, we got the containment drive, come out. We ain't got lock. Follow me. Bam. We can't die here. Let's go, kid, come out. Oh, people. Das war's auch geil, ich kam grad nicht durch die Tür. F***, du bist die strukturelle Integrität, f***. This way, hey, hey, come out. F***. F***, deine Crew. Alles klar. Oh, shit. Wie sind wir da weg? Okay, ready up. Let's go. Bam. Uh, ganz schön heiß hier. Was? Oh, Alter. Oh, shit, man. He's dead. We can't take a close food to the door. We can't take a close food to the door. It's all right. We can't take a close food to the door. It's all right, we can't take a close food to the door. Damn, it's all in the corner. Hey man, this shit is collapsing. This way, come on. Ich würde meinen, die Sprengladungen waren effektiv. Bestimmt die aufm Klo. Bam. Frank! Frank! Are you alive? Oh man, kinder. That explosion must have knocked me out, man. What? Alright, listen. I'm down the roadway. I want out. The entire village is coming your way. What? Fuck? You fools should be at home. Going in! Äh... Los, komm, reglerier dich mal ein bisschen. You utter fucking idiot! Scheiße. Can't you see the building burning? What do you want me for? Hmm... ... ... ... ... ... ... Ich mach mal lieber ein bisschen. Scheiße. So, alles klar. Oh, man. Okay. Okay, kid. Hey, wir gehen über das. Seid mich. Es sollte ein Elevator-Schacht durch hier sein. Vielleicht kann ich ihn überraschen. Oh, jetzt sind wir wieder keine FIB-Agent, ne? Fuck. Okay, das ist unser Weg raus. Wir müssen diese Türen öffnen. Was ist denn? Hey, gib mir hier. Riggs, komm. Ich sehe dich auf der Strecke. Ich hoffe doch. Ha. Jetzt ist kein Zeit mehr über. Lass uns weitergehen, Dahl. Ist alle okay? Alter, Frau Walter. Oh, shit. He missed. Shit. Gut. Boah. Hey, let's get the fuck off this build, right? Before it comes down on our heads. Okay. Come on. Get in. Ah. Jetzt brauchst du keinen Sauerstoff mehr. Komisch, ja. Da wird doch die Maske noch auf, ne? Ne, geil. Wasche. Uh, 3D. Ja. We tried our best in there. Ha. Take us to the getaway car. So. I'm driving. Alright, we all gotta change before we get there. At some point soon, an APB will go out looking for firemen. We cannot be playing dress up when that happens. We need to get to the ride and torch this firetruck as soon as possible. I'm working on it. Yeah, cause if they connect the dots, man. I don't know. Man, I'm working on it. Any minute, they'll be looking for us. I mean, those guys in the building you took down. If they knew, who else is gonna know? It ain't worth thinking about, dog. Trust me. I'm gonna get us there as fast as I can. Alright. Shit. I just don't wanna run into something. Man, y'all don't wanna run into Trevor, bro. That's who you don't wanna run into. Haha, you're right. So, take us to our get out and avoid the cops, the feds and my dear friend Trevor Phillips. Alright, man. I'll try. Try real hard, okay? So. Da sind wir. Huch. Oh Gott. CD. Soll ich das einfach mal? Na, servus. Dankeschön. So. Reicht dat? Jep. Gut. Na komm, steck rein, Leute. Einsteigen. Dankeschön. Now that we're clear, I can probably tell you people. I didn't think we would make it happen. Oh, one of us didn't. We lost the doom, man. Oh, yeah. Shit. Oh, yeah. Shit. Shit. You know what I'm saying? But that dude was in over here. Yeah, he wasn't top draw, but I thought we could carry him through it. I guess I thought wrong. Well, anyway, we made it out, so we got that to be thankful for. Hugh's people will get his paycheck and the standard expenses. Yeah, man. Unfortunately, Hugh wasn't really cut off for this work, man. His mind was on other things. Why are you saying that? Lost. Man, he told me he was writing a screenplay. Did he give you a copy? I'd like to read it. Why? You forget. I'm in the business. This guy gets killed in a raid on the bureau and we produce his picture? There's some free press. Don't. Keep your head down, you hear? Easy. Ah. Well. What? I never thought I'd see you clowns again. We did it! Fuck it ain't right, we did it! How was it? For a suicideally dangerous mission impersonating emergency services while working a high security government facility? It was surprisingly uplifting. Come here, give me some of that! Sorry, I forgot. You forgot my very, very obvious illness? It happens. Whatever. Hey, let's get drunk. Franklin, fill up the glasses. Got some real vintage moonshine hillbilly type shit. We're gonna be seeing triple and committing incest in minutes. Just a shit to make a man forget his trouble. Oh, exactly. I am just gonna get drunk as a skunk. And then I'm gonna reverse engineer a webcam and spy on those sorority girls again. I'm ill, okay? Give me a break! Cheers! Ha 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 ha! Man, that's some all ass shit! Alright boys, I hate to break up the ritual, but I gotta go square things up with Davey and Dickwey. For serious? Hey, I just want them to know that now that we did this thing for them, and we have the evidence that we did this thing for them, and we can all go our own separate ways, you know? Was ist das? Du willst mich mit dir gehen? Nein. Bleib. Ich muss das alleine machen. Jetzt. Je schneller, desto besser. Es ist eine Art von mir. Genau. Außerdem, ich will das Ding aufbauen. Dann kann ich herausfinden, Trevor. Ich werde meine Leben zurück. Ich werde zurück zu sein. Ich werde zurück zu sein. Ich werde mich nervös. Ich liebe jede Minute davon. Hier. Enjoy die Incessions. Ich habe die Leute, die Leute wissen, wie ich das Geld zurückgebracht habe. Ich werde zurück in mir, wie eine Krise. Naja. So. Das haben wir ja jetzt. Oh, viele Möglichkeiten habe ich jetzt nimmer, ne? Das hier halt. Ne, das Yoga garantiert nicht. Nääääh. Wir haben das Büro für dich, Dave. Ich bin fertig. Ja, ich sah das. Besuch mich im Kurszentrum und ich werde dich überprüfen. Ich bin weg, Davey. Von jetzt an. Done. Ich verruf das. Ich versuche das. Ich versuche mein Bestes für dich. Aber du und Trevor attacke Meriwether? Repeatlich? Es hilft nicht. Das ist Trevors Ding. Whoever's Ding es ist. Es ist unabhängig. Und es ist dumm. Sie haben sich über mein Büro rumgelaufen. Wir brauchen wirklich zu sprechen. Wir brauchen wirklich. Wir brauchen wirklich. Okay, okay. Ich komme zum Kurszentrum. Fuck. Na toll. Ich habe das jetzt erledigt. Alles da oben. Nee. Dann machen wir das hier. Mit dem Michael. Die Mission. Ja. Ja. Toll. Ja, der muss sich doch wieder mit dem Trevor einkriegen. Ist das sehr, sehr langweilig. Mal. Oh. Habe ich so etwas verpasst? Ja, habe ich. Mal mit. Ja, ja, ja. Hui. Das können wir so einfach hier. Scheiße. Oh man. So. Ja. Ja, ja, ja. Schade. Dachte ich, passt da durch. Ha, ha, ha. Oh man. Was ist denn das jetzt für ein Scheiß hier? aber fast alle missionen noch mal machen läuft aber da werde ich dann logisch die ganze cutscene überspringen etc weil das hier hat mich da nicht noch mal wieder überlegen wie ich das dann oder was ich zuerst angehe ob ich zuerst die ganze kollektivist und alles drum und dran mache und dann aus die mission noch mal oder aus die mission weil noch kenne ich die ja wenn ich zuerst die kollektivist mache eventuell nicht mehr so naja ich glaube ich war da aus die mission auf gold alle sie muss sich hier nicht aus party also der party okay hey okay okay i just i get so mad and i can't control things and then you know shit just falls on top of me my life sucks right now and i don't know what to do except i want to say i love you and hug it out but all that wimpy shit is just well i'd say gay but i have some friends who are gay so that's not cool anymore and the ones that i don't really like it's not because they're gay so you're just lame and angry psycho sometimes you do bad shit and things i don't know if i love you and i'm pretty sure i hate you a little bit but i'm just so fucking upset that we can't even see each other and you're just a drunk lame dad you know what that might just be the nicest thing anybody's ever said to me so will you buy me a car what i mean so will you buy me a car kind of way in a completely off topic can you buy me a car i mean firstly i'm a fat shit that you ruin and and secondly i will get a job and i will stop smoking pot in that sort way okay i love you too son now go get a job i don't have the money to buy you a car besides which way i'm probably gonna be dead in a couple weeks anyway please don't die okay it's great catching up with you too dad yeah hey how's your mother oh she's great no she's not she's bored i mean all this mesmerizing tantric sex she's been having with a much younger better built caring and compassionate man is great and all what you gonna do for the other six hours of the day what the fuck i'm just winding you up you miserable she's mad at you she's scared that you're gonna die and she wants you to go over there and prove that you give a fuck all right all right all right i could take a fucking hint let's go we'll get tracy on the way tracy on the other hand she's a star sort of so etwas tag. let's see, what happened? you need it, you want that done? Nein, ich weiß nicht. Also, was passiert mit dir? Uh, danke. Es hat... Es ist... Es ist jemanden. Ja, ja, ich verstehe. Und du bist aus der Stadt? Da sind sie, außen. Kaffeein. Komm schon. Ihr Köln hat schon seit Wochen geblieben. Ein bisschen weniger... ...lifestyle-Guru und ein bisschen mehr... Entschuldigung, ich versuche, ein Schreiner hier. Ich bin nicht mehr da. Ich werde dich einmal fragen. Schönlich. Michael, einfach in ihn, bitte. Schuss, Frau. Alles für dich, liebkart. W-w-w-w-was? Ah! Ich habe da wirklich gut gearbeitet. Du verdammt! Es ist viel mehr, wo das kommt, Holmes. Ist er alive? Ja, er ist gut. Ich habe da. Ich habe da. Ich habe da. Ich habe da. Ich habe da gesagt, ich habe da. Ich habe da... Ich habe da... Was er versucht zu sagen, Frau, ist, dass er ein schreckliches, altes, verdammt und er braucht dich. Und du kannst viel besser machen, als ein Prima-Dana-Yoga-Daner mit einem Anhal-Fixation. Ich habe da... Ich habe da... Ich habe da... Ich denke, wir können versuchen. Ich habe da... All I'm asking for is a shot. Neutral ground. Dr. Friedlander's office. Es ist perfekt. All of us. Ich nehme Tracey und bringe sie da. Willst du dich? Okay. All right, du. Komm mal. Get up, du Idiot! Yoga? Nein! Nein, Yoga! All right. Du weißt, wo deine Freundin ist, richtig? Ja. Let's gehen. Warte, warte, warte. Aber was ist das... Sugar, Caffeine, Emulsified, Pig-Fat-flavoured Beverage, ich will? Noch mal. Komm mal, ich will einen, später. Tracey ist, in der Tattoo-Parlow zu sein. Gott! Einmal noch zu Tattoo-Studio. Tracey ist, noch ein Tattoo-Tattoo. Nein! Gott, nein! Der Laszlo ist da. Laszlo! Was willst du? Tracey ist, was willst du? Sie wollen, und du und Uncle T haben ihre Kammeo geschenkt. Vielleicht können wir sie helfen. Vielleicht sollten wir. Hey, ich muss mich fragen, du mit deinem Mann mit dir mit dir. Das war okay, nicht wahr? Was mit deinem Mann mit dir mit deinem Mann mit dir? Was mit deinem Mann mit dir mit deinem Mann mit dir? Was mit deinem Mann mit dir mit deinem Mann mit dir? Was mit deinem Mann mit dir? Oh Mann! Was ist das passiert? Oh Mann! Was ist das passiert? Was? Oder wir werden jetzt auch drinnen die Trophäe holen? guys I'm capable of violence but I'm awesome in the sack. So listen Babe! If you want to make it in Vinewood you've got to do whatever it takes even if whatever it takes is a depressed borderline alcoholic who hosts the third most popular talent show amongst the 40 year old female demographic You'll let me on a show. If I blow you and if you could wear some black lipstick the little I love the goth by Oh, wow, Laszlo. Ich war gar nicht aus Kontext, Mann. Jim, wenn du den Inkslinger findest, sitz auf ihm. Laszlo hier wird ein kleines Kosmetik. Nein, bitte. Bleib ruhig, du blöde Mann. Klar, Kind. Was? Du musst mir nicht einen Prinz-Albert holen. Äh, fangen wir mit der Oma an. Ja, genau, das ist gut. Nein! Hörst du auf eine fucking Tante hier, du fucking Psycho! Hörst du mal mit der Oma? Hörst du mal mit der Oma? Hörst du mal mit der Oma? Jesus! Das tut doch nicht weh. Oh, ho, ho, das sieht gut aus. Hier, lasst uns das raus. Oh, mein Gott! Oh, Mann! Was wird der Vater Nummer 2 über das denken? Let's not get him involved. Let's do! If I knew I was getting this much work done, I would have brought a camera crew. Ah! Ah! Uh... Don't fucking squirm! Don't move! Should I draw his three pubic hairs? Ah! 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 Ja, jetzt muss ich eine Ausstattung bekommen! Nein, was du hast, ist meine Frau, was sie will. Ja, ohne dich auf deine Piddle-Steine zu spüren! Schau, okay, Leute, das war ein Schraub. Ich bin ein Klown, ich bin ein Schraub, ein Schraub. Ich bin ein Schraub, ein Schraub. Du kannst sie auf deine Show, und du kannst sie sehen, dass sie gut ist. Schau, okay, ich habe viel Wasser in dieser Stadt, aber ich meine, ich bin nicht ein Miracke... Ja, mach das! Ja, okay. Okay, Trace, gehen wir. Wir müssen uns zur Therapistin. Was? Also... Ich werde dich nennen, oder? Okay? Bye! Das ist eine Familie, die braucht Therapistin. Mein Schraub. Wie sehe ich? Das ist nicht gut, ist es? Wer weiß, dass du eine Tattoo-Gunst könnte? Das ist eine von diesen Fähigkeiten, die du in der Präsenz genommen hast. Du kennenzulierst auf deine Selle. Eww! 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 Die ist einzig? Komm! Eww! Eww! Geil, geil, geil! Der Typ tut der Brust in ihm immer gut. Aahhh! Nicht zu schwierig, aber dein Therapistin hat nichtsritos zu den mentalen Lebens. Also, ich weiß nicht, warum er in einem besseren Position wäre, um eine zuida zu helfen. Hey, das war deine Mutters Idee. Ich denke, er lohnt euch. Jaja, er lohnt euch Yoga. Ja, jetzt kommt er mit Yoga. Wie wie Fabian, mit einem Laptop? Oh, ja! Oh, ich sieht mich so, da lag. Ich bin ehrlich, und ich weiß, dass es karmisch schlecht ist, aber ja, ich liebe diesen Mann! Ja, ich weiß, richtig? Er ist so auf seine eigene Arsch! Du bist ein kontorsionist! Woopie! Ich kann meine Arschung all day long und ich bin nicht so großartig. Ich bin nur ein bisschen schuldig und entstand. Over, Cher! Hey! Der Typ war mit deinem Mutter zu sprechen. Oh, oh, oh! Au, au! Ich applaudiere dich, Pop! Hier, hier! Wenn du deine Gefühle von Selbstständigkeit und Rang für, wie gut? Nicht ein objektives, universales Gut, sondern ein subjektives... Was ist denn das jetzt hier? Was ist denn nur da hin? Ja, super! Lass uns jemanden verraten! Mach das, Dad! Ja, mach das! 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 Ich liebe, dass wir zusammenkommen sind, aber mach es nicht! Ja, nicht wirklich, rob eine Licker-Store, das könnte, wie, zählen, Mach das! Mach das! Michael, Kinder, gehen wir in. Okay. Cool. Ahh! Amanda! Hallo! Schön, dich wiedersehen! Michael! Ich bin so glücklich! Isn't this great? Fantastisch! Michael, ich bin positiv. 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 Mach das, Michael. Das Sarkasm. Ich bin positiv. Das ist eine der Grunde, dass ich rausgezogen habe. Das ist hinter dir. Nein, das ist nicht, Amanda. Ich信 mir, nichts ist hinter mir. Nein, normalerweise, es ist ein Hörger hinter dir. Du kennst, für jemanden, die jeder, die alle Momenten arbeiten auf sich selbst in und aus, ich muss sagen, die Progresse hat wirklich lang. Wie wirst du wissen, wie die Progresse ist, du schuldig, blöchst? Äh, G. All you do ist whine. Michael, could you please stop murdering people? Michael, could you please stop endangering me and the both of your children? You kill people and then you sit in the sun and drink and feel guilty about it. That is not work. I don't see you complaining on the way to the fucking bank. Stop. Amanda. We're trailer trash. You and me. We were taught to do this. Get a center, Michael. You have no center. How about you suck my cock? Huh? No way. We'll both get a center before that ever happens. You are such a fucking animal. A deranged animal. You fucking ain't right under range. How could I not be? I should have had you locked up years ago, you stupid shit. Do it. Do it. I'll put you in a fucking round with the rest of them. And that's really all the time we have. Oh. Great. I think we made some real progress there. Oh, uh, Michael. I hope this goes without saying, but family work is a little more expensive. What? Double? Squared. Of course. Take care now. Hey. So you gonna come home with me or what? I guess we'll give it a try. Alright then. Alrighty then. Hahahaha. Are you gonna take us home then? 4.000 Dollar, yo. Alter. Schweinerei. You know, there was a moment there. I thought... What? I don't know, like maybe we still had a way to go. You know, like... Maybe we need more time. Oh, there we go. There we go. There we go. There we go. That was cathartic. Catharsis all over my face. Ooh, I got a warm, fuzzy feeling. Probably just the meds you rated. Okay. Dan, 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 dan. I just don't want it to be more of the same. Now you're the one making the demands? Oh, no, no, not demands. I'm saying you're right. Something was broke. And we got to work at fixing it. We do. All of us. Yes, ma'am. For real, peeps. Because I started to understand something in there. No one else gets this family. Not that. Or my yoga teacher. Or our tennis coach. Or the juice guy. Or the dog walker. Oh, hey, hey. Or Jimmy's surgery teacher. Or the trash guy. Or the trash guy. Or the guy who thinks he's Jesus. On Vespucci Beach. Or the heavy bomb, who thinks the world is ending. We're stuck with each other. I mean, how do you explain, fake our deaths? Changing our names. All the lying to the FIB. That monster Trevor. There's no explaining Uncle T. Okay. Läuft. If you find dead bodies, cheap women or Trevor Phillips, we're checking into the Rockford Hills Hotel. Oh, nice. Und. Ah, we saw it so long. Ah. Okay. Okay. Instant Wechsel. Trevor, oder? Ja. Oop. Was ist das? Oh. 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 Was? Nein. Weil hier unten ist er doch für nah schöner als hier ist. Ah ja, da brauch ich ja ein Heli. Stimmt ja. Was ist das hier? Vom Darm? Nein, da geh ich doch wieder auf Michael. Das ist ja Schwachsinn. Hä? Hm. So. Julian, hallo. Dankeschön. Ich bin sorry, Tracy. Ich versuche nur, wie ich dir helfen kann. Wie schreibst du ein Resümee, wenn du nichts gemacht hast? So. Alles klar, Akari steht vor der Tür. Hm. Was machen wir denn so aus? Das hier nochmal, wa? Ja. Machen wir denn das hier nochmal? Einmal Filmstar werden. Oder so. C-D. 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 Hör her. Water, Mobποier, kinder. Rot, office. Hout τους! Los, arens, vermeint das irgendwo? So, bevor ich wieder dieses Pümpel umfange, werde ich wieder die ganze Waffen umfangen, äh, Wachen. Wachen mit Waffen. So. Hallo, hallo. Schön, dich zu sehen, Slick. Devin. Es ist vorbei, Michael. Du hast gut gemacht, Kind. Du hast diese Scheiße lange gedauert und musst dir, um mir zu helfen, einen fantastischen Betrag zu bekommen, wenn die Kugel eröffnet wird. Ich liebe dich. Du bist jetzt wie mein Heilbruder. Ach, der schon wieder. Oh Gott. Er wird mich verabschieden. Ich könnte sogar noch ein paar Rebate bekommen. Es ist eine fantastische Sache. Und es ist alles dankbar zu dir und Molly's Eye für die Details der Verkaufung. Michael! Sie sind uns verabschiedet. Die Kugeln! Hahaha. Und sie haben noch nicht die Kugeln, Wolfen und Kugeln. Versuchen Sie nicht zu schlecht, Herr Richter. Sie waren immer ein Mensch. Sie sind immer ein Mensch. Sie sind immer die Filme. Jetzt sind sie, was? Sie haben sich Video gemacht, sich auf ihren iFruit. Sie sind nicht auf mich. Ich bin eine sehr spirituelle Person. Ich fühle mich schlecht daran. Aber Evolution ist Evolution. Gentlemen, Molly. Namaste. Okay. Kann ich jetzt den Film machen, Herr Richter? Mein Flugzeug verlinkt in 25 Minuten. Wir können nicht etwas tun? At least, lass mich die Bildung. Dann fange den Ort. Ich bin Angst, dass unser Zeitpunkt nicht für das ist. Auf Wiedersehen, Herr Richter. Wo ist sie denn mit dem Film? Sie nimmt die einzige Kopie aus dem Meer. In einem Ort, woher schön und discreit. Analog. Gott, es hat sicherlich seine Komplikationen. Michael, kannst du etwas tun? Nein, er kann nichts tun, Herr Richter. Es ist eine Inevitabilität. Hm. Ich will die Tante aufhalten. Meine Wälder wurde durch einen Yogi gebrochen. Und jetzt bin ich durch einen Yogi gebrochen? Scheiße, das! Ich bin ein Produzenter! Niemand schreit mit meinem Film! Okay, doch hinterher. Oh, nass. Na, komm. Hui! Die Karte hat Dampf. Hä? Ah, Flughafen, finde ich mal. Yo! Das machen wir doch. Hm. Da war ein Bike. Na egal. Das ist ein, Herr Schatz. Ja, ich bin ein Produzenter, ich bin ein Produzenter. Ich bin ein Produzenter. Ich bin ein Produzenter. Ich bin Produzenter der Produzenten. Ich bin ein Produzenter. Neue das, Herr Schatz. Ich bin ein, Herr Schatz. Ich bin ein Sport. Sie hat eine Polizistische Entfernung. Sie ist auf der Weg zu meinem persönlichen Hanger. Die Sicherheit im Flugzeug funktioniert für mich. Ich will nur die Film zurück, bevor sie etwas zu machen. Molly ist sehr stark. Sie wird nicht stoppen und sprechen mit einem verrativen Körner, der sie nachher schießt. Das ist nicht, wer ich bin. Heute? Schau, ich will nicht jemanden verhören. Ich will nur meinen Film zurückkommen. Lass uns durch klatschen und benutze dein Gehirn. Die Spannungskraft ist vorbei. Ach... Aber du hast doch zu locker auf, ja. Ich will nur sagen, dass wir St. Söder sind in Los Santos in der Nationalraten, die in Leutung zwischen den Wongen und Rettung. So, äh... ja, passt. Okay. 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 Äh, wat? Ich wollte erzocken. Jo, haust du rein Schimmel? Viel Spaß, ne? Beim Zocken? The Devin-Western hangar was back there on your left. Holy shit! Whoa! Uh-oh. Ha-ha. Michelle, du bist in der Weg des Flughauses. Das ist kein sicherer Ort, um zu fahren. Sag es, wie es ist, Pal. Sie ist total fliegt. Was macht denn die? Krank. Oh, oh, oh! Die Blut! Ich glaube, Renekaren sind nicht ganz so gut, wa? Hoop. Ah, servus, Thomas. Ah. Bullshit. Haa. Test, Test bestanden. Was macht sie denn? Was macht sie? Sie sind nach der Handwerke! Oh, fuck! So, jetzt haben wir! Hui! Hahaha! Das zeigt, dass Sie sich selbst und meine Mitarbeiterinnen und meine Mitarbeiter haben. Ja, du sagst mir, sie ist verrückt! So, jetzt kommt sie gleich wieder, ja? Willst du ein Platt mit Touristen mit dir nehmen? So! Hui! Hui! Oh, shit! Alter, Alter! Hä? Okay! Kommt sie denn drauf? Malzeit! 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 Hm, passt. Dann fahren wir halt wieder zurück. Oh. Lalalalalala. Lalalalalala. Hä? Oh, Gott sei Dank. Huh. So, nö? Bestanden. Vollgas, nein. Saubergen, nein. Spürnase, nein. Na toll. Ah. Naja. So. So. So, jetzt haben wir hier noch die Quest hier. Oder den Auftrag hier. Wie immer, die Mission. Ähm. Oh, was sagt der da noch? Ich liebte dich mal, Tony. Aber es gibt nichts zwischen uns. Jetzt, dass ich weiß, dass du dich liebst. Wirklich? Wir machen das jetzt? Ich habe gerade gesehen, dass Devin Weston's Legal Council geteilt. Oh, das Molly-Woman? Oh, Gott. Das ist schrecklich. Du hast keine Ahnung. Sie panik. Went crazy. Und ran into. Aber ich habe gebraucht. Wir haben noch ein Film. Wir haben noch ein Film. Du glaubst das Analog? Es ist alles digital. Wir haben Back-ups überall. Ich meine, wir sind auf den Green-Screen. Aber du hast mir gesagt. Ich bin sorry. Ich dachte, du wusste, du wusste. Wir haben noch ein Film gemacht. 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 Das wird sie von uns beschädigen. Ein Film gemacht? Ein Film gemacht? Für Meltdown? Okay. Kannst du mit meiner Familie bitten? Sie können endlich etwas für mich stolz machen. Natürlich. Es ist bereits auf der Weg von Courier. Alles klar. Okay. Scheiße. Ich werde bereit sein. Es war übrigens ein amerikanisches Davorst. Das Film gemacht. Obviamente. Nichts Tiger. Simon hat irgendwo einen Film gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 «ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 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 2020 Gehen wir zurück, Marvin! Los geht's! Fall! Gib mir ein paar Lederbücher! Hä? Verde, ich hab die Ecke weggesteckt. Ja komm! Oh, jetzt braucht ihr mich! Halt da, ich nehme ihn raus! Was denn, haben wir schon? Ich habe Augen auf Lamar! Hey, Lamar! Los geht's, bevor sie dich in die Wälder werden! Oh, verrückt! Ja, 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 komm! Los geht's! Komm, Leute! Wir sind hier in der Kraft! Wir müssen gehen! Gut! Hä? Nice! these dudes in the back, mh?! You should have stayed in town! I'm feeling so hate, you! Oh, no! Oh, look out, they coming at me! There he goes! We are walking! Nice! God. Ah, nice! Nice, nice, nice. Gott, zu wenigstig habe ich doch nicht in die Luft geflogen. Habe ich gerade noch irgendwie einen Platten? Irgendwie glaube ich ja, ne? Ja, da ist gar kein Scheiße, gar kein Gummi mehr dran. Jupp. Ja, das ist der perfekt, das ist das mein Geflogen. Ich habe kein Scheiße. N***, ein perfektes Ort, um einen Fuss zu klamen, mit einem Fuss zu klamen. Mann, ich bin nicht so gut, ich dachte, wir gehen nach Parley. Parley? N***, bitte. Every time you leave a house, Fuss try to clap you. Every meet you set up. Homies there for the express purpose of clapping your ass. Mann, you show... Cause I'm showing there's been a few times, but... No. I'm completely 100% show. Every time, n***, Whether you buy drugs, selling drugs, or discussing drugs. Talking about the weather or whatever. Man, these streets are hard, dawg. This is the hood you talking about. Maybe you forgot, since you've been a veteran yourself. Ah, scheiße. Ich lieb die Karre genommen. So, nimm mal die. Dann komm schon wieder ein. Echt jetzt? I'm gonna mess you up. Good looking, homies. So. Ah. Scheiße, steck jetzt ein. You know what I'm talking about? I ain't in some type of mentorship program. The only mentor I got. And we gonna do something about that, dawg. Trust me. Man, I ain't people teaching me that white collar crime shit. Ain't shit changed for me. And you ain't helping. Ain't helping? What the fuck you called in? Me, Michael, Trevor? We all came up here to help. The unholy fucking trinity. Ballers beware when these fools rolling together. You jealous of Michael and Trevor? What happened to me and you fucking shit up? Forum gangsters, n***. So I shouldn't have called them, right? Man, I was doing everything in my power to make sure you wasn't clapped. I can make sure I ain't clapped. Clearly you can't. Next time, homie, don't come. And matter of fact, if you do come, don't bring your new. Oh, it's so long you pissed here. My God. Next time. Next time don't get your ass in the situation, alright? It's the hood, Frank. That's what happens in the hood. No the fuck it don't. Not for everyone. I'm one of them dudes that it happens to. Man, you gonna tell me what was going on back there? Hood shit, homie. That's the shit that's different from the country club shit your overpaid ass is presently accustomed to. Man, stress put us on this shit, man. Man, we gonna get on his ass. Man, fuck that, homie. Look like I give a shit. Nigga, I give a shit. Stress do what he do. N***s want me dead? Be dead themselves. I ain't gonna overreact the shit. Overreact? Man, that n***a stress tried to get you killed, n***a. N***a, that's the hood. I'm still here, ain't I? Just. You show stress knew they was gonna book me? Yeah, n***a stress knew. Everybody knew stress knew. Tanisha knew stress knew, and she don't even come around the fucking hood no more. Damn, that n***a stress janky like that? Man, you don't see this? Man, stress been screwing us from the start. Like from back in the day? From like the other day, dawg. Since after we went to the recycling place, and D and them ballers try to take us down. But Stretch put in to work on D. Yeah, man, that's survival. Remember how angry his ass got? Especially with you bringing him into this shit? Alright, alright, but tell me this though. If Stretch was fucking with your boy LD, why he set us up with the deal for the brick in the first place? He go off and make peace with the ballers, come back, and then put us on a lick on Grove Street. Man, you remember Grove Street? Man, you remember Grove Street? That brick was drywall. Rippin' us off was... Don't get careless, homie. Probably Stretch is ideal anyway. What? Nope. Schon miser. Man, it wouldn't even be the same if your boy LD wasn't out here getting into shit. And FC wasn't getting him out of it. You know what I'm talking about? Man, I don't know. That shit was fun, nigga. Don't tell me you didn't enjoy scrapping like we did back in the day. It ain't back in the day no more, dawg. But it felt like it was. Okay, fool. It was fun saving your useless ass one more fucking time. There you go. That wasn't too hard. You should have seen your face when I came here. Yep, yep, yep. Yep, 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 yep. Shit, shit. Ey, shit man. Aw bullshit, nigga. He killed me out of the house. Yeah, he loathed. Charles, homie. You probably shit at yourself. Fuck you, man. I don't care if I die. It's a compliment if they send a army after a nigga. They only send like two of the little homies to get you. Nigga, you didn't look like they was fan you. Man, nigga, you must have just called him whipsy your ugly ass. Nigga, you think I'm some angel come to take your ass somewhere you never going to. You pray to your wife and god, homie. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, egal, ich bin auf dem Turf, nigger, wenn du was erinnerst, was das ist. Oh, wie geht's dir, Spieler? Hallo. Ich weiß nicht, ihr. Wir sind fertig. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Nicht noch. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Was ihr wollt ihr euch machen? Die Präsidenten? Die Frau von ihm oder was? Oder in einem ganzen Land? Nein, nein. Es ist etwas mehr sensibel. Es ist etwas, was es muss sein. Hey, wenn die Zeit ist richtig, du gehst mit Trevor und ihn aus der Passeure. Ich weiß nicht. Michael wird sensibel, aber Trevor... Trevor wird nicht sein. Trevor ist eine Verpflichtung, die niemand von uns kann. Ja, Trevor hat dich geschaffen. Er hat beide deine Arten geschaffen. Und es ist unverfassend. Hey, wenn wir dir das Wort geben, dann werden wir das machen. Dann machen wir das. Man, mach Michael zu machen. Ich und Trevor sind cool, doch. Michael kann es nicht. Trevor wird ihn nicht nachdenken. Deswegen ist es für dich, homie. Ja, genau. Hey, wer war das? Keiner. 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 Ja, genau. Soll ich jetzt Trevor umnieten oder was? Minus 50 Dollar. Na, super. So, was haben wir jetzt hier? Kopfschüsse? Nein, einer fehlte. Ja, das ist ein Witz. Ah. Ah. Naja. So. Ah. Michael. Ja. Gott. Alles klar. Der war inzwischen schon wiederum. Ah. Oh, ok. Oh, der hat den wiederum. Ah. Könnten die ihm in den Suburbs verbraten? Gott. Äh. Der eine hier rein. So. Hei, 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 hei. Ah, jetzt ruft er den an. Ja, das ist gut. Ich save you again, Davey. Again. So, was are you gonna do for me about Haines, the rest of the FIV, the IAA and everyone else, huh? History's written by the living, okay? We can pin most of it on Agent Sanchez. I get that story right and the agency and Bureau will back off. The problem we need to deal with is Trevor. Trevor? Why? Try Merriweather, Chinese gangsters, General Insanity, and so on. I can buy bots in there. But not Trevor. Steve. He's our wounded hero right now. I gotta cozy up to him. Calm him down. Just get me out. Ah, scheiße. Ich soll mal weniger den Text da lesen. Ha. Ja, geil. Ich will jetzt endlich mal diese Cuda machen hier. Das große Ding da. Aber nein. Gehen wir mal noch hier hin und dorthin und da hin. Au, da sind wir ja schon. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. So, ein Schickensmoking. Äh. Oh, der, ne? Du durftest ja passen. Haben wir ja schon mal gekauft. Wunderbar. Spart sich Geld. Loll. Na dann. Ne Limo. Einmal selber nicht fahren. Hey, 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 where are you going with that? Woo, my dad's a movie producer. Jimmy, get back down here. Which makes me a movie producer's kid. Jimmy. I'm gonna ride out the next two recessions without ever having to work. And I'm gonna get a sports car and a drug habit. Before appearing on Reality Rehab Show. And then, I'm gonna sell my story and become really judgmental. Oh, man. And I'm gonna use all the contacts I make in treatment programs to become a producer, too. And I'm gonna make even shittier movies than my dad does. Because I don't care about movies like him. For me, it's just an opportunity thing. Woo. Yeah. You see the strizz-etch losers? Jizzle in the movie bizzle. Hear that, Vinewood? You hear that, Vinewood? Hey, I hear it, and I don't like it. We're going to the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. Get back down here. And that's why we're gawking celebrities from behind a barrier. We're actually like properly invited. V to the I to the P. Jimmy. Read my Neckrolls. Entitled. E. N. T. Uh. Entitled. Cause I am. Jimmy. Oh, Pop, chill. I'm done spraying this shizzle. Let's take a drink. Huh. Jimmy. Jimmy, shut up a second. Hey, Devin. Look. I need to say about Molly, man. I'm sorry. But I didn't do it. I told you to slow it down, slick. It was an accident. I was there, but I had nothing to do with it. Sure. Yeah. Hey. You made a fool out of me, Michael. And that is something I'm not gonna forget. Look. Devin. I said I'm sorry. I feel bad for you. But you don't threaten me. Cause this movie's happening, alright? So let's just calm down and try to be friends again. Oh, absolutely slick. Forgive and forget. Namaste. Check it out. It's a premiere. Huh. You know, I'm really proud of you, even though you did make a pretty super movie. Well, thank you, Jim. We're the girls. We're the girls. We're home. You know, they'll express their pride by showing up in the night. Of course they will. So. Hey, it's Laszlo on the red carpet of Meltdown. Some big stars. Some beautiful dresses. We're gonna see some side boots tonight. Come on. We did it. Solomon. We did it. Fucking A. Fuck you, fate. I may be a lecherous old husband. But I'm a husband with a premiere at the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. I'll see you in there, kid. Hey, thanks. Enjoy the picture, everyone! Mr. Richards. Mr. Richards, hi. If I could just bother you for a second. I'm Laszlo from Famer Shame. But I do some acting on the side. I was wondering if... Oh, yeah, of course. You should come see me, kid. I think I got a project that would be perfect for you. Oh, that's fantastic. It's called The Closet. Really modern stuff. Pervert. Come on. No, no, no. Don't lying, okay? I never had surgery. Come on. Milton, hi. Sorry to bother you. Quick question. Get in here tight. Um, love, love, loved the movie. Oh, thank you so much. I appreciate it. When you were that polar bear and you had to eat your baby, I mean, that was... All right, Jesus Christ. That was emotional. Can I just have a hug? That really affected me. All right, I gotta go. Thank you so much. Excuse me. Excuse me. Come on. Come on, let's get in there. Oh, Laszlo. Oh, shit. Come on, shit dick. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. What the hell is she? Looks like she stood you up. Hey, hope I'm not too late. I wouldn't miss this for the world. Devin, what the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown. Congratulations, Mikey. We did it. Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer. Such a pleasure working with you. You see, I was here. Unlike your wife. Seems to be stuck at home. Hahaha. You twisted fuck. You're a dead man. Let's go, Jim. Come on. What? What's happening? Where's mom? Come on. The girls might be in trouble at the house. Let's get a family. Okay. Zwei Minuten. Lol. Easy. What happened? I don't know. This rich asshole is pissed off at me because I didn't shit-can the movie. And then his lawyer died and he just told me he's going to hurt your mom. You killed his lawyer? And now he's going to kill mom and Tracy? He ain't going to do anything if I got a say in it. But you fucking killed his lawyer? No, I didn't. It was an accident. I would never do anything to put you in danger. Shit. I'm sorry about that. All right. Okay. They'll be fine. This is just a movie guy, right? He's not a gangster or anything. No, he's not a gangster. He's just extremely rich. He says he's got all these connections. All right, Jimmy. You keep yourself concealed. I'll go get the girls. Be careful, Dad. That is home, you tricks. You are full of food. One of them's in with Tracy. We've got to get in there, Michael. He's in there with our girl. Mom, dad. Fucking animal. Come on. Be safe, baby. Don't worry about me. Clear the building. No one leaves. Genau. Euch für gleich mal, ja. 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 Na, komm her. What? Oh, es geht echt so dämlich in Deckung, ey. Oh, ich kriege da einen Fall. Oh, muss der jetzt so dumm in die Deckung gehen. Scheiße. All occupants. Fire in the hole. Someone give me cover. Not yet. Stay put. Neither do I. We got me here. Just keep calm. I need cover now. Get cover. Go, go, go. We need us. See you. Kill me. Ah, shit. Say something. All right, I'm coming. Fuck. Fuck. Are you happy now? Oh, I love this. Oh, shit. Huh? Who's got my bag? I need cover. Oh, shit. Oh, shit. echt immer noch. Gut. Alles klar. Was ist das jetzt? Ja. Oh nein, da ist ja noch einer. Ja, ich werde es anfangen. Fuck, fuck. Ja, du magst das, nicht wahr? Geh es auf. Geh die fucken mir. Ich habe das auf den Mann. Also, du sitzt auf dem Gesicht? Es heißt, teabagging? Ich habe ihn wirklich gut gemacht, oder? All right, ich werde einen Anruf machen. Es wird alles gut sein. Bleib gut. Hey. Ja, das ist durchs Bodenblech 98%. Nein. Ja. So, das muss jetzt nochmal an der Anruf. Okay. Okay. Ja, da geht es ja wohl dann gleich los hier. Ha. Hm. Ja, wenn ich jetzt da direkt dahin gehe, habe ich eventuell dann später wieder ein ziemliches Problemchen. Ne. Gehen wir es weiter ein. Weil ich weiß ja nicht, wie lange die Mission sein wird. Und. Ich weiß ja, es ist gut, aber du musst in die Hoffnung, man. Alles wird okay sein. Wie der Theropist sagt, man, es wird okay sein. All right? Du musst in die Hölle raus, man. All right? Otherwise, it's not gonna be too good. You got to enjoy life. All right? Cause the alternative is not so good. Not so good, man. Hey, how are you doing? Yo, what's going, sexy? Yeah, yeah, yeah. Um, yeah, I guess. Okay, lol. All right. Love with that therapy. Na dann. Haben wir eine Freie geschalten. He. Wat auch immer. Gott. I'm on top of this, Amanda. Trust me. Really? You're sure? I'm positive. Look. I'll love you, baby. I'm going to take care of this. One, two, three. Schon. Ja, doch. Das wird dir tatsächlich nicht mehr reichen, dann. Ne. Dann würde ich jetzt nämlich so machen. Da hätte ich jetzt nicht so groß hinfahren, dass ihr sehen könnt, wie ich Speicher brauche. Ich zeige, auch nicht wirklich. Ähm, ja. Dass ich an dieser Stelle hier aufhören. Und dann machen wir Mittwoch einfach weiter mit den restlichen Missionen. Das soll dann definitiv ganz gut hinhauen, dass wir die fertig kriegen. Und dann legen wir auch gleich schon instant los hier mit 100%. Also sprich, die Missionen hier alle auf Gold erstmal bomben. Und den Rest schauen wir dann noch alles. Genau. Und deswegen würde ich meinen, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und man sieht sich am Mittwoch wieder. Und ja, haut rein, ne. Schönen Abend noch. Ciao und servus.